Hey und willkommen zurück zu einem neuen Fortnite-Video vor mir. Und zwar zeige ich euch heute mal ganz, ganz viele Spots, wo ihr diese Gummienten bekommen könnt. Es ist ja eine neue Mission jetzt derzeit, dass wir diese Gummienten finden sollen. Und ich habe hier direkt eine Gummienten gefunden, die ich euch direkt mal zeigen möchte. Die quieken auch so, also die hört ihr auch, wenn ihr in der Nähe seid. Und die könnt ihr ganz einfach sammeln, wo ihr die ganzen Dinger findet. Seht ihr jetzt hier auf der Karte. Da habe ich sie mal umkreist, also sie wurden umkreist. Ich habe diese Liste im Reddit-Forum gelesen, fand sie auch immer sehr, sehr nützlich. Und ich dachte mir, die möchte ich mit euch teilen. Das sind die ganzen Spots, wo ihr diese Gummienten finden könnt. Ich hoffe, es gefällt euch. Was ihr nochmal anmerken wollt, ist, ich habe derzeit ein Gewinnspiel am Laufen auf diesem Kanal. Was ihr dafür tun müsst, ist ganz einfach einmal ein Like da lassen, einen Kommentar da lassen, Abonnent von diesem Kanal sein und natürlich die Glocke aktiv haben. Und wer sich noch irgendwelche guten oder geilen Skins in Fortnite kaufen möchte, der kann gerne auch mal unten die Links abchecken. Da habe ich ein paar günstige PSN-Karten reingeschrieben. Damit würdet ihr mich auf jeden Fall auch noch unterstützen. So, das war es auf jeden Fall von dem Video. Wenn es dir gefallen hat, lasst uns einen Puls, einen Wert von da. Abonnenten nicht vergessen, um weiterzufassen. Und dann sehen wir uns auch schon im nächsten Video. Da sage ich tschau und tschüss und bis zum nächsten Mal.